Wenn ich mich jetzt bewege und schich... Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Warte! Ich komm nochmal runter! Ich grüße jetzt! Na los, drück dich hoch! Oh oh, ist vorbei! Aber du, wenn wir veranstaltest, ist das so! Ich dachte, ich flieg hier schon runter! Oh ne, ich hab Angst! Ich hab große Angst! Ich hab sehr große Angst! Das ist auch nicht! Das ist okay, Spaß! Ey, noch ein Spieße! Ich bin auf dem Letzten! Da kann ich wenigstens abspringen! Wir müssen noch ein bisschen fort, glaube ich, dass der Erik nochmal auf die Kante kann! Wir müssen noch irgendwie fort! Oh oh! Na ja, geht schon, geht schon! Ja, ja, geht schon! Ja, das liegt gerade wieder mal! Oh oh! Ich sehe bloß einen Kupp dort irgendwo! Nein, ich sollte... Oh oh! Oh oh! Ich hab große Angst! Das ist okay, Zucker schlägt! Ich will nicht mehr! Zieh mal an meiner Korbe ein bisschen! Lass die doch mal zum Start los! Sonst rutscht ich hier wieder raus, nehm ich mit meiner Korbe! Ich hab Angst! Oh oh! Wir rupst gleich den Finger ab! Du musst loslassen! Nimm das Bändel weg, Claudi! Ja, auf jeden Fall... Claudi, nimm das Bändel weg! Der rupft die Finger weg! Nein! Ah, die Bände schon unten lassen! Sieh mal, das Wasser des Bändels! Das Startsignal ist schon gegeben! Das Bändel ist ab, verdammt! Tier! Was denn? Was denn? Das Bändel ist ab! Ich rutsche! Ah! Scheiße! Warte! Ja, Mann! Warte! Ja! Warte, ja! Oh, oh, oh! Ah! Wieder die Vorheer! Au, auf! Ich bin beim besten Wind! Ich konnte nicht mehr bremsen! Blute Haltungsnot!